Hamburg, für Let's Dance-Star Natalia Jägerhova, 49, hat sich im vergangenen Jahr vieles verändert. Wie es ihr inzwischen damit geht, erzählte sie Tag, 12 Uhr abends Rande eines Events im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Der Autor Martin Elias hatte dort sein Buch mit dem Titel Der neue Mensch vorgestellt. Darin geht er mitunter auf die Frage ein, wieso wir Menschen es zulassen konnten, selbstverschuldet in eine Klimakatastrophe zu steuern. Eine Frage, die auch Natalia umtreibt. Das Thema ist für mich sehr wichtig in meinem Leben. Wo geht unsere Gesellschaft hin und was kann ich als Individuum verändern? So die Sängerin, die in der Ukraine nahe Kiew aufwuchs. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich schon ganz viele Antworten in meinem Leben gefunden. So habe sie etwa gelernt, dass es wichtig sei, zunächst im Kleinen zu beginnen. Man fängt mit sich selbst an. Das ist meine Philosophie. Schließlich bringe es wenig, darauf zu warten. Dass die Gesellschaft sich von alleine in eine neue Richtung bewege. Das wird nicht passieren. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Step by Step. Nur dann wird Veränderung möglich sein, ist sich die 49-Jährige sicher. Auch bei ihr habe sich zuletzt vieles verändert. So Natalia im Interview weiter, und sie schiebt noch hinterher. Im positiven Sinne. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass sie und Vitali Klitschko, 52, wohl schon seit längerer Zeit getrennte Wege gehen. Natalia lebt mit ihren drei Kindern in Hamburg, bereits seit 20 Jahren ihre Wahlheimat. Auch wenn sie nicht weiter über ihr Privatleben sprechen wolle, könne sie doch eines sagen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Mein Leben geht weiter. Natalia Yegorowa ist offen für einen Neuanfang. Seit der Scheidung trägt Natalia nach fast 26 Jahren nun wieder ihren Geburtsnamen Yegorowa. Und auch sonst erfindet sich die 49-Jährige immer wieder neu. Im Frühling war sie überraschend als Teilnehmerin der beliebten TV-Show Let's Dance zu sehen. Für die Zukunft schließe sie nicht aus, noch einmal ganz woanders neu anzufangen. Ich will noch ganz viel sehen. Ich will die Welt erkunden. Und vielleicht finde ich einen anderen Ort, an dem ich mich noch wohler fühle, sagt Natalia. Konkrete Pläne habe sie noch nicht. Aber es sei eben alles unvorhersehbar. Man kann so viel planen, wie man will. Aber dann kommt das Leben und stellt alles auf den Kopf. Ich bin ein glücklicherweise. Untertitelung des ZDF, 2020